so ihr lieben herzlich willkommen zurück bei den gamer freunden dem zweiten youtube gaming channel von minga gaming ich bin's der jens und grüße euch recht herzlich auf unserem kanal viele von euch die abonnenten sind wissen ja auch dass wir einige genres sehr mögen so möchte ich mal ausdrücken so auch die simulations spiele und heute ist city driver für pc released worden ich möchte euch in den nächsten minuten einfach bloß ganz kompakt mal vorstellen welche bundles city driver beinhaltet ob es content bei uns auf dem kanal gibt und es gibt auch ein paar informationen bereits zur konsole version ja ich würde jetzt einfach mal starten ihr seht jetzt hier ich bin im offiziellen shop von steam das kann man auch bei aerosoft dem publisher direkt im shop kaufen ob es da preisunterschiede gibt weiß ich nicht ich meine aber nicht ja city driver ist eine autofahr simulation in der stadt münchen da ich ja in münchen wohne und lebe finde ich es natürlich grundsätzlich eigentlich ganz interessant ich habe mir schon das ein oder andere video mal angeschaut und einige stadtteile von münchen sehen schon mal ganz interessant aus aber das soll gar nicht jetzt weiter inhalt sein der ein oder andere wird es eben nicht wissen deswegen wollte ich das in dem zusammenhang hier auch mal erwähnen ihr seht jetzt hier ein paar videoschnipsel die offiziell hier in trailern dazu gehalten sind wie gesagt city driver ist heute rausgekommen das spiel gibt es ungefähr ich weiß gar nicht seit einer guten stunde auf steam zu kaufen ihr seht es jetzt hier die normale version kostet rund 35 euro und ihr könnt auch noch zwei weitere fahrzeuge kaufen für jeweils 8,95 die kosten 17 euro 90 ja finde ich schon im verhältnis gesehen zur hauptversion sehr teuer es gibt allerdings auch noch ein deluxe bundle dort sind zwei dieser entsprechenden fahrzeuge kostenlos mit drin die ihr sonst hier für 9 euro jeweils kaufen würdet wollen das deluxe bundle ist nach meinen informationen auch entsprechend zeitlich limitiert ich glaube das gibt es jetzt ab release heute für zwei wochen für diese 30 prozent zu kaufen das heißt statt 35 euro zahlt ihr 37 und habt noch zwei fahrzeuge mit dabei für die ihr sonst normalerweise 18 euro noch mal extra bezahlen wollen müsstet wie auch immer wir können uns mal die bündel informationen anschauen sicherlich etwas streitbar das so zu releasen ist jetzt meine persönliche meinung aber das sind erst mal die bundles die ihr haben könnt also einmal die standard edition für 35 euro und dann eben auch einmal die deluxe edition die einen zeitlich begrenzten rabatt von 30 prozent hat was gibt es noch wichtiges zu sagen ganz klar die konsolenversion das wird viele interessieren mich auch denn ich werde auf jeden fall die playstation 5 version dann zeigen wenn sie rauskommt publisher und entwickler haben auch im interview schon gemeinsam bestätigt dass man plant die konsolenversion gegen ende 2023 rauszubringen also ich denke mal man kann im herbst winter je nachdem wie schnell sie fertig werden mit der konsolenversion rechnen und die werden wir uns auf dem kanal definitiv anschauen jetzt noch mal ganz kurz für möglichen content der pc version auch das wissen einige von euch ich arbeite mit beiden gaming channels mit game news de zusammen die mir jede menge kies kostenlos zur verfügung stellen so dass ich angespielt videos machen kann so dass ich content machen kann auch test videos zu diversen spielen und es kann in dem zusammenhang durchaus sein dass ich city driver die pc version bekomme zeitnah vielleicht sogar heute oder morgen das ist so 50 50 wenn ich sie bekommen werde ich auch die pc version entsprechend zeigen denn ich habe ja ein steam account und was vielleicht für euch noch wichtig ist ihr könnt das spiel mit maus und tastatur spielen mit gamepad am pc und es geht auch das eine oder andere lenkrad da müsst ihr mal hier in die informationen rund um das spiel reingehen das könnt ihr dort drinnen auch lesen dass es tatsächlich aufgelistet womit ist steuerbar ist vielleicht für den einen oder anderen auch noch ganz wichtig kann also sein dass ich die pc version zeige möchte ich an der stelle nicht versprechen dass es 50 50 ich für mich selber kaufe sie nicht sondern warte er auf die playstation 5 version und wie gesagt sollte ich das ganze doch bekommen dann würde ich natürlich auch von der pc version logischerweise was zeigen das soll jetzt erst mal mein informationsvideo zum release von city driver gewesen sein wie gesagt ihr kennt es alle von aerosoft ja wie fertig das spiel jetzt heute auf den markt kommt kann ich nicht beurteilen wir kennen die geschichte mit dem fernbussimulator der damals sehr fehlerbehaftet auf pc rauskam und leider auch in diesem jahr dann für die playstation 5 konsole unter anderem also für die next gen konsolen sehr sehr fehlerbehaftet und verpackt leider muss ich in dem fall sagen weil das spiel an sich und das fahren mit dem bus eigentlich spaß macht insofern hier mit einer gewissen portion realismus rangehen wenn ihr euch für das spiel entscheidet ist euch zu kaufen denn dass das auch bei dem produkt nicht auszuschließen ist ich denke das muss man in dem zusammenhang einfach noch mal genauer beziehungsweise hier ganz klar sagen leute das war mein info video wenn euch auch solche solche art von content gefällt oder der kanal generell würde ich mich natürlich über ein abo freuen ansonsten wünsche ich euch noch eine gute zeit vielleicht sogar mit city driver der pc version auf unserem kanal wie gesagt das ist 50 50 ansonsten immer die augen offen halten denn es sind für die playstation 5 ganz interessante simulations spiele jetzt vor kurzem angekündigt worden ich werde jetzt im netz mal suchen ob ich zu den spielen infos finde und dann kann das durchaus sein dass ihr in den nächsten tagen und wochen hier sehr sehr interessante preview videos von mir zu den entsprechenden simulationen finden werdet da dürft ihr auf jeden fall gespannt sein leute ich bin raus bis zum nächsten mal und tschüss